Willkommen zurück zu Wuppenburg, den Spiel, wo wir noch keine richtigen Schlafzimmer haben. Ähm, unabhängig davon, fällt mir gerade auf, dass ich meinen neuen Zimmern ja gar keine Bomben gebaut habe. Naja, das wird schon. Ähm, wie dem aber auch sei. Ich bin ein bisschen raus, aber ich glaube die ganzen Meldungen, die hier unten stehen, sind alle schon durch, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Nee, Angie hat glaube ich eine Infektion, oder? Nee, ja doch. Das sollte aber jetzt behandelt werden, jetzt wo er Zugriff auf bessere Medizin hat. Na gut. Sagt mal, Angie war der Neue, der alles konnte, ne? Der war die Neue, der war ein Fernkampfjub. Den Handwerk, ach scheiße. Gut, denn ist Angie ja schonmal nicht so, äh, Angie Engineer, Mensch. Denn ist Angie ja schonmal nicht so gut dafür geimpft, ne? Was hat das denn gerade für ein Geräusch? Was ist gerade passiert? So, der gute Mann kann auf jeden Fall, äh, Bauarbeiter... Das kann er auch ziemlich gut, ne? Land reparieren kann er auf jeden Fall. Ja, reparieren ist tatsächlich bauen. Das ist ja interessant. Wie war der Astro für Frostfeld, für Garcobot kann er nicht? Da habe ich einen anderen Typen so. Schmied kann er auf jeden Fall machen. Schneider könnte er auch machen, wenn er wollte. Äh, Handwerken auf jeden Fall auch. Hm. Ich habe nur eine Ahnung, wie ist das Gefühl, dass der Typ selten sauer machen würde. Da würde ich eigentlich Jupp haben. Ach, der ist denn jetzt schon wieder krank, Angie. Wer macht der denn da? Warum, warum? Junge, leg dich wieder ins Bett. Wie wäre es denn, wenn du mal schlafen bist, du vollständig geheilt machst? Ah, okay. Bist du mit diesen Leuten nicht in Ordnung? Ich möchte da nicht irgendjemanden baden, aber warum ist hier nicht immer so viel Dreck? Ah, wirklich. Ich müsste irgendwie... Kann ich hier keinen Fußabtreter bauen? Das ist... Das sieht hier so dreckig aus. Ich hätte den noch wunderbar mit Kräutermedizin baden können. Ich hätte den noch sehr gut mit Kräutermedizin baden können. Ich hoffe, er verliert sein Bein dabei. Ich weiß nicht. So ein Holzbein einzubauen wäre ein bisschen ärgerlich. Übrigens, mir geht hier nicht, dass ich meine Batterien lang so aus hier runter gehen. Also... Das ist recht interessant. Ich glaube, ich muss mal wieder darüber nachdenken, einen neuen Generator zu bauen. Mal wieder. Jetzt ist bloß die Frage, wo ich den am besten und schön zum baue. Ich würde fast sagen, dass der da nahe liegt. Weil hier sind so ein paar Wirt hier. Die leben da ja immer. Oder... Das ist vor allem das nächste Problem. Das wird eine Verkettung sein. Egal, wo ich den Generator... Na gut, der da oben ist unerreichbar. Das ist egal, wo ich den Generator hinbaue. Der liegt dann in der Kette. Also, ich kann keinen eigenen Schrumm da irgendwo hinlegen. Das ist echt ärgerlich. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist ein 4G-Stück Wasser. Ach, da hinten liegen ja auch noch Bauteile. Ein großes Fragment eines U-Haltenschiffs sind noch nicht eingeschlagen. Dann küsst uns, wie sie untersprechen. Mit den Geistanstellern. Er bohrt uns eine sehr aktive KI mit Psyche. Nö, toll. Äh, diese KI ist nicht voll. Wo ist denn das Ding? Großartig! Alter! Das ist ja echt jetzt ein Scherz, wo das Ding liegt. Einmal ohne Witz. Okay, das ist echt nicht witzig. Dass das Ding da liegt. Da kann ich ja nicht mal... Wie viele Artillerie-Shells habe ich? Sechs. Aber wir warten mal kurz. Da muss ich auf jeden Fall mein ganzes Personal hier in der Artillerie sitzen haben. Und, und, und. Das könnte so erinnern. Großartig. Äh, schlechter geht's nicht. Ohne Witz. Na toll. Also soviel dazu. Wie lange hat sich... Wie lange hat sich... Ich warte mal bis Angie's Immutationen sich erlegt. Bis dann müssen die Leute noch schlechte Laune haben. Dann rüste ich die Typen mit Energiegewehr aus. Dann stelle ich meine drei Mann dahin und versuche das Ding kaputt zu ballern. Ich hoffe, dass ich einfach mit überliegender Feuerpower das Ding kaputt kriege. So. Habe ich endlich noch die Zufall? Irgendwann noch so ne Kevlarweste? Na da hinten haben wir noch eine. So, ich könnte Angie direkt ja schon mal als äh... Äh... Angie könnte ich auf jeden Fall schon mal ein Krieger werden, ne? Er ist ja auch ein guter Schützer. Prüfskonti überhaupt nicht anwärmen? Ja, wir haben die Frage schon aber auch. Schwer umbehandelt. Ja, vierzig Prozent. Das ist ja, wenn man die gute Medizin rausgehauen wird. Das ist... Vor allem war das letzte gute Medizin. Das regt mich ein bisschen auf. So, jetzt hier. Wird hier Immun? Krankheiten sind wirklich nervig. So. Wird Immun. So, möchtest du denn wieder aufstehen? Ja, prinzipiell kann er die... Wo bin Kevlarheim? Was? Warum ruft der denn in die Kevlarheim? Moment mal. Was macht der gerade? Wo ist der denn? Achso, er plündert hier erstmal durch, oder? Das Ding ist schäbigen, kann gar nichts. Ja, wie weiß denn, wenn du mal... Was hatten wir so? Inventer. Achja, der hat den Schutz überlegen gefunden. Das ist ja schön. Er hat sich erstmal einmal bedient. Okay, das hab ich nicht gesehen. Ich hab mir lange noch besseres Zeug gehabt. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine normale... Das Ding hat 83... 98... Das sieht glaub ich ganz gut aus. Dann nehmen wir das Ding hier. Energiegewehr ausrüsten. So. Dann, wir spielen haben was um 19 Uhr. Was wär's denn? Cole eigentlich? Energieschild nochmal? Ach! Er hat ein Energieschild? Ist ja witzig. Ähm... Cole... Cole war der Typ der gar nichts konnte. Habe ich Cole eigentlich schon eingebunden? Ja, Cole habe ich schon eingebunden. Okay, cool. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Ähm... Done. Reeves. Bemann mal den Stahlbörse. Waiter, du kommst hierher? Will? Äh... Du kommst da hin? Wo ist der neue? Du bemannst auf jeden Fall den Stahlmörser. Und Angie, du kommst auch da hin. Ach so. Oh. Ich brauch... Ich brauch vernünftige, äh... Ich brauch eigentliche... Äh... Moment mal. Ein Mörser der MP-Granaten verschießt. Wann musst du... Äh... Okay. Warte mal. Man braucht dafür EMP-Granaten? Kann ich die bauen? Natürlich nicht. Hm. Ich dachte Artilleriegeschoss ist Artilleriegeschoss. Na gut, dann speichern wir mal kurz ab hier, äh... Bevor wir irgendwelche tollen, unüberlegten Schritte machen. Ist dein Draht auch ne Waffe? Ne Maschinenbuss? Achso, die treten durch die Gegend. So. Ist das Artilleriegeschoss besetzt? Gut. Dann, äh... Was the fuck? Was the fuck? Alten... Okay, da können wir direkt nochmal laden. Wie viel kommen denn da raus? WTF? Jut. Der Plan war gut mit... Dass ich da 6 Leute ranschicke. Und das hätte sicherlich auch super funktioniert. Das Problem ist bloß, dass das... Das ist... Das ist... Alten... Warum kommen denn da so viele Viecher raus? Na gut, dann, äh... Dann bauen wir das Ding erstmal mit Sprengfallen ein. Da kenne ich ja nix. Das ist... Das ist ja richtig hart. Dass doch immer 6 Viecher rauskommen. Echt jetzt. Das ist schon, äh... Alter, das ist... Das finde ich dreist. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also... 6 Viechers auf einmal? Ich meine, sogar die Artillerie hat dich mal getroffen. Und der Plan war ja gut. Fand er, das ist... Also ich hab, äh... Ich meine, wenn da nur 2 Viecher rauskommen, Dann hätte ich die locker easy kaputt geschossen mit der... Energiewaffen. Das war ja überhaupt kein Problem. Die waren ja ruckzu kaputt. Die, die konnten ja... Die konnten ja quasi überhaupt nichts machen. Aber so viele Viecher? Äh, echt. Das ist, äh... Der Boden ist instabil. Da muss noch mal kurz warten, bis das Eis fertig gebaut ist. Ich hoffe, die komischen Roboter haben ja kein Problem, wenn ich mal kurz ein paar Minen vor die Tür packe. Wenn man, äh... Kommt da jetzt jede Menge Plaster dabei rum. Das ist natürlich auch ein Vorteil. So, dann können wir morgen früh... Können wir das dann nämlich nochmal angehen. Wenn da eine Artillerie fehlt. Verflucht. Ah ne. Es kostet vor allem schon wieder 6... Was? Es kostet vor allem schon wieder 6 Bauteile der Spaß, ne? Oh man. Endlich steht aber gleich wieder ein paar neue her. Schön. So. Baut noch irgendjemand die scheiß Wände da? Ah, die kostet ja, die kostet ja grum Stahl. Habe ich überhaupt noch Stahl auf Lager? Doch, ich hab tatsächlich noch Stahl da. Ist ja schön. Aber möchte ja niemand die Wände hier bauen? Ist ja nicht kälter, nö. Ich mach mir ein bisschen Sorgen, dass meine Träger da halt irgendwie rein rennen, die Roboter, ne? Ach, die wird einfach rum. Eisen von draußen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach du Scheiße. Ich hab echt Energiemangel? Von was denn eigentlich? Warum hab ich Energiemangel? Oh. Deswegen. Warum sagt mir denn sowas auch keiner? Ja klar, wenn einer meiner Generatoren nicht arbeitet, dann ist klar, dass ich den Energiemangel habe. Dann reicht das natürlich nicht. Ja gut, dass ich das jetzt auch mitkriege. Das äh... erklärt natürlich so einiges. Dass ich, äh, kaum Strom hab. Ja, warte mal. Dann, äh... Und der hier konsumiert eine einfache Mahlzeit. Möchte nicht. Äh, Angie zum Beispiel. Mann, du bist doch so gut im Handwerk. Bau doch bitte mal diesen verdammten... Was? Wird bereits ein Overlord? Okay. Wir haben eine Rienart, äh... Senra und Rief. Ach man ey. Warum haben die denn... Warum haben die sich da bitte schon... Mein Essen wird doch immer schon gekocht oder nicht? So. Schafft Oberlord das komplette Ding zu bauen? Ist das dein Ernst? Echt jetzt? Baut Gebiet an. Ja, wie wärs denn wenn man dieses behinderte Stromkabel baut? Äh... Weißt du, das ist so wenig Arbeit... Wie? Jetzt kommt Wild. Das ist so wenig Arbeit dieses Stromkabel zu bauen. Und der Typ hat nichts besseres zu, als es nicht zu machen. So, jetzt. Jetzt sollten ja... Das ist schon problemlich wieder gelöst. So, die Fallen sind durch den Tauch fertig und alles. Das heißt, wir können das noch mal versuchen. Mit der Artillerie war ja nicht so erfolgreich, aber als soll's. So, Weeves... Engie? Stell Petsbrocken erstes, das kann er ja auch machen. So, und Will. Äh... Trägen wir nicht Schals und welchen Lagerzonen? So... Ich hoffe, die stehen nicht zu nah an der Explosion dran, ne? So, das ist jetzt schon eine Weeves-Kunde nicht anwerben. Das ist natürlich sehr sch... Wie kann Weeves eigentlich Sachen anwerben? So, Freunde. Feuer frei! Ich glaube, ich sollte weiter wegstehen. Warum haben die Dinger hier eigentlich nicht ausgelöst? Scharf. Kann man die nicht? Ne, kann man nicht. Okay, ich sollte weiter wegstehen, nehme ich mal an. Die Wand hier war Quatsch. Na gut. Versuchen wir das noch mal. Gut. Meine Männer standen also zu nah dran, ne? Das heißt, ich muss diesen Viechern irgendwie Gelegenheit geben, sich zu bewegen. Das... Da wird das wahrscheinlich besser. Nehme ich mal an. So, und mal. Können die von hier schießen? Ne. Was? Aua! Oh, das ist so behindert. Wie stark diese Viecher sind, ne? Es ist doch nicht wahr! So. Ich habe eben Piranaten und Boden gefunden, das ist mir gerade so aufgefallen. Mal sehen, wie gut das klappt. Ach du Scheiße, was soll die denn? Aber, Freunde, ihr sollt die scheiß Raupen beschießen. Ja, die Piranaten scheint tatsächlich Effekt zu zeigen. Wo ich sagen muss, dass die... Alter. Ist das dein scheiß Ernst, Sandra? Das war also echt jetzt. Ich hatte einen Engine noch. Was hat denn gerade verloren? Hast du lustrivial? Schussenergie. Hm. Was? Eingepasst? Nö! Echt jetzt? Eingepasst? Echt? 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 Ich habe die dumme Raum nicht kaputt, ne? Echt? Echt? Der dumme Raum nicht kaputt, ne? Echt? Echt? Das geht ja gar nicht. Na gut, wir versuchen das noch mal. Bis zum nächsten Mal. So, gut. Rumballern war nicht so erfolgreich. Das Ding ist, die Empirgerin waren irgendwie eine nette Idee, aber leider auch nicht ganz so erfolgreich. Ich habe auch erst keine andere Idee, als die Energiewaffen zu nutzen. Die einzige Kreative, die ich jetzt noch habe, ist tatsächlich noch mehr Sprengsätze aufzustellen. Aber ein bisschen weiter weg. Also so. Wir hoffen, dass die Explosion, die danach kommt, irgendwie besser ist. Und effektiver. Da kann ich auch nichts anderes. Ich kann ja auch nicht vernünftig einen Eingriffswinkel machen. Die Empirgerin hatten, wie gesagt, waren ganz gut eigentlich, aber ja. Der Boden ist so ein Stipid zum Kotzen. Da muss ich mich noch ein bisschen beeindruckend mit den Sprengsätzen. Vor allem habe ich, glaube ich, aktuell gerade gar nicht genug Dings. So, was ist denn jetzt eigentlich hier mit, äh, wie ist so ein Dings, wie ist so ein Zendra oder wer war das noch? Irgendwie, irgendwelche zwei Leute haben noch hier eine Wohmex-Infektion, die man ganz nebenbei bemerkt, hier irgendwie existiert. Wie ist das, wie es hat doch eine Wohmex-Infektion oder nicht? Hungerrad und mal zwei, also mehr macht das nicht? Na gut, das ist natürlich, äh, ist natürlich klar, dass wir da noch weiterarbeiten können. Wer hat hier, wer, du müsst hier noch? Ja, auch noch mehr. Ach, Hungerrad und mal zwei, na gut. Hungerrad ist zum Glück nicht so schlimm. Könnt ihr mich deutlich stärker treffen? Haben die sich gerade gegenseitig die Artillerie-Shells übergeben oder nicht? Aber das ist echt nervig, dass die, wie hart diese, diese scheiß Roboter einfach sind. Das ist, ich kann, ich habe da ja nicht, ich meine, hier so ein paar Sprengsätze sind jetzt, ich sage, nicht so meine, äh, meine Patentlösung, ne? Das ist jetzt eher so, ich versuche irgendwie aus der Situation irgendwie was Gutes zu machen. Wie, das könnte ich auch nicht anwärmen, ja, wie schade aber auch. Schlechte Laune? Ach so, Boon, ach ja, Boon, der alte Nighthammel. Ich fühle mich entsetzlich, hungrig. Ach so, naja, gut, das ging jetzt, hungrig kann man was machen. Ah, das psychische Brummen ist es, sieben? Ist das schon stärker geworden? Das wird auf jeden Fall bald stärker. Das weiß ich. So, die beiden Dinger noch fertig und dann, äh, im Prinzip kann man den Roboter, also wenn es denn zu einem Roboter wäre, kann man den, kann man den ja eigentlich sehr einfach begehten. Man kann ja einfach genug Turmerings herumbauen, wenn gut ist. Das werde ich übrigens als nächstes versuchen, wenn das nicht klappt, jetzt mit dem Sprengfall. Ich werde auch noch fünf Türme hinstellen. Aber eigentlich kann das nicht sein, dass ich hier so viel Aufwand betreiben muss, nur um so ein paar Tücherkippe zu machen. Andererseits könnte ich hier sowieso Türme hinstellen, ne? In Vorbereitung. Jetzt müssen wir, ob die Türme, ne, die Türme sind, glaube ich, nicht alleine auf der, so auf das Raumschul schließen. Habe ich noch eine Artillerie? Ja, habe ich noch. Das müsste nur gebaut werden. Das Schöne ist, dass ich, ich kann ja, ich kann relativ viele Sprengsätze ja verbauen, weil das, ich brauch die ja nicht zwingend. Ach so, habe ich jetzt den Stromkabel wiedergelegt? Doch, ja, das habe ich abgespeichert. Gut. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich das nicht abgespeichert hatte. Oh, der Strom sieht aber auch nicht so richtig gut aus. Das ist das nächste Problem, wo ich mal an einem Geschützturm aufstehen. So. Der Morgen ist klar. Wir versuchen es nochmal. So, weil alle aufgewacht sind, hunge. Ach so, wie ist es, ja. Wie ist es, ist doch was. Was? Man geht mir denn hier schon wieder? Oder fehlt hier doch das Kabel? Warum habe ich denn jetzt schon wieder Strommangel? Eigentlich habe ich doch, ich habe doch seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gebaut, was irgendwie Energie verbraucht. Also, warum zur Hölle habe ich hier Strommangel? Das hat doch eigentlich immer gereicht, oder nicht? Ne. So, das ist eigentlich immer noch. Na gut, dieses Raumschluss muss trotzdem zuerst stemmen, bevor wir irgendwas anderes machen. Vor allem, wie es meine ganze Landschaft ver... Ist das Hitze denn jetzt hässlich? Oh ja. Obwohl, ne. Normaler Bundeskabel ist auch immer hässlich. Na gut. So. Trägt doch in so einem Schorngefett aus. Äh, Sandra. Vader. Ach so, der hat noch geschlafen. Na egal. Für das Wohl der Siedlung kann man ruhig schon mal aufstehen. Angie, Cole, Melendez, Will. Den hab ich ja schon angebrochen. Wer ist der letzte? Mit diesen neuen Gesichtern, da komm ich nicht mit klar. Angie, genau. Angie steht auch auf. Hä? Warum petten Angie da? Hä? Warum ist denn das Angie sein im Bett, häh? Ich seh ja nicht eigentlich. Ach so, ah ja, das ist ja frei geworden, das Bett. Stimmt. So. Wer ist denn hier der schlechteste Schützer? Äh. Einfach den dreien. Ich sollte vielleicht ja mal so anschlägen. Angie hat zehn. Okay, Angie schlappt sich die Imperialranaten. Und geht todesmutig auf den Meter ran. Aber es beim letzten Mal eigentlich ganz gut geklappt hat. Das ist, das ist, das ist, die Leute hinter den Satzakbarrikaden sind anscheinend relativ sicher. So. Ach nee, das wird vielleicht vorher speichern. Oh Mann. Äh. Ich mach nochmal noch ein, äh. Mach nochmal nochmal über noch ein Safe Game. Falls ich meine, falls ich meine Gesamtplanung überdenken möchte. Nee, warte mal, wir machen einfach nur die Gesamtplanung. Genass! Ich find's übrigens gut, wie nicht... Ich find's übrigens gut, wie nicht eine einzige Falle auslöst, ne? Das könnt ihr die Explosionen des Jahrhunderts geben, aber nee. Reeves, ist das dein scheiß Ernst, Reeves? Ist das dein, wirklich dein Ernst? Du musst das hier nicht immer noch nicht kaputt. Das kann sein, dass ich einfach nur Glück brauche, wie, wie die Mierlingen. Ja, ich brauch Glück. Das ist, wenn die, wenn die Viecher hier direkt in den Bomben, äh, in meinen Minen drin liegen, dann hab ich gute Chancen. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Das ist echt die Situation, wo ich so ein scheiß Dummsteer-Raketenwerfer gut die brauchen könnte, ne? Ach du Scheiße, ich hab das Safe Game ja genauso gesetzt, dass die Typen gerade am Schießen sind. Warum mach ich denn sowas? Na egal. So, dann hoffen wir mal, dass diesmal die Minen ordentlich auslösen. Sieht gut aus. Gut. Wie ist's? Nicht jetzt. Oh, kein Engie, das abgeschützte Raumschutz. Ah, jetzt. Jut. Vor allem haben wir jetzt einen KI-Kern, den wir verkaufen können, ne? So, gut, Männer. Äh, war noch recht erfolgreich, das ganze, das ganze Objekt hier? Na ja, gut, das ist... Na ja, ganz ehrlich, das hab ich jetzt mehr oder weniger nur durch Ladenspeichern, Ladenspeichern, Ladenspeichern gewonnen, ne? Das ist... Das ist aber echt krass, dass das nicht... Also, das ist... Die Situation wäre zum Beispiel, wenn ich Iron Manen spielen würde, wäre das zum Beispiel absolut tötig gewesen. Das ist echt krass, eigentlich. So, nehmen wir nur abreißen, möchte ich ja nicht. Ah, noch ein KI-Persönlichkeitskern. Das ist ja nicht ganz praktisch. Schmerz tot. Fähne-Körperteile, 3%. Und die Energiewaffen sind einfach nicht gut. Das kann natürlich auch sein. So. Sandra ist auch noch mal, wo ich mich schon erkrankt. Was? Achso, das ist nicht ein Schnitterbruch. Da können sich was brechen? Das ist ja ein Ding. Und ich hatte natürlich absolutes Glück, dass meine Leute keiner der Schaden genommen haben. Wie viele Eisen ist denn eigentlich drin? Das sieht irgendwie wüsste aus mit seinen Hälschen-Helmen. Na ja. Aber trotzdem wäre es mir deutlich lieber gewesen, wenn das Schöpfen mal woanders und dann gegangen wir irgendwo weit weg. Wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr herumplanen hätte können. Na ja gut. So, wie immer es sei, wir müssen auf jeden Fall Generator 2 bauen. Ich habe mich jetzt für den da entschieden. Ich habe halt bloß ein bisschen Angst, dass... Ich da Probleme mit den Tieren habe. Und die Ressourcen habe ich theoretisch für einen Geothermie-Generator. Das große Problem ist auch, dass das hier quasi mehr oder weniger mitten durch den Wald führt. Das ist mein Kabel vor allen Dingen. Und dass es hier doch öfter mal Waldbrände gibt, ne? Ich sollte wahrscheinlich einfach eine... Ich baue einfach mal eine Wand drauf. Mal sehen, ob das was hilft. Das sollte ja theoretisch wissen, dass... Oh. Was für ein Zeug baue ich hier? Granitbände. Ja gut. Bestimmt voll gut. Nicht. Was willst du machen? Ich möchte nicht, dass in so einem Waldbrände meine Kabel ruiniert. Was bauen die ja nicht gerade? Das Kabel oder das Dings? Wie gesagt, ich sehe schon hier große Probleme kommen, dass hier irgendwelche Viecher... Dann versuchen wir mal einen Generator anzugreifen. Oder sonst irgendwas. Aber schön, wie sich meine Leute darum kümmern. Also das ist... Also wenn es um so ein Kabel bauen geht, sind meine Leute ja mal schnell dabei. Also Wende? Wende Instant. Da gibt es ja quasi kein Pardon beim Bauen. Besuchergruppe? Hm. Was ist das? Ja. Ob ich dir meinen Computerkern für teuer Geld verkaufen könnte? Den würde ich ja gerne noch loswerden, weil ich kein Problem bin. Alle, guck mal. Der Generator selbst hat noch nicht ein oder andere Ressource draufgepackt. Bühelmaus? Ich frage mich, wenn ich jetzt erst mal vor diesen Namen herkomme. Ist das von den Leuten, die die auf Kickstarter oder was auch immer das da war, mehr gespendet haben? Äh... So, jetzt müssen wir... Eigentlich müssen wir, wie ich es nicht mehr wegkriegen. Ich blieb, dann ist es sowieso vier, sechs Stunden da. Ah, nee, ist ja sowieso nur eine Besuchergruppe. Die handeln ja eh nicht. Dann ist es auch egal. Aber schön, dass die jetzt mal durch meine Siedlung durchrennt, mittendurch. Dass ich keine EMP-Randaten habe, ärgert mich ein bisschen. Das heißt, ich könnte diese beiden Mörser eigentlich direkt wieder ersetzen. DKI-Persönlichkeitskern möchte ich ja keine Einschalten oder sich schnappen, Freunde. Ich mach den Kühe eigentlich den ganzen Tag gerade. Ach! Jetzt auf einmal wird der Raumschiffreaktor gebaut. Auf einmal! Wenn ich einen anderen Reaktor bauen möchte. Beziehungsweise ist es ja nicht unbedingt ein Reaktor, sondern eher so ein Turbiner. Aber auf einmal ist der Raumschiffreaktor der Prio. Sobald das Ding fertig ist, komme ich auf jeden Fall weg. Bin damit dieser Kult nie mehr zufrieden. Hätte vieles anders machen können. So, Angie, du nimmst jetzt diesen scheiß Kerner mit und schleppst ihn da drin. Da gehe ich aber nicht an, dass der super teure Bauteil drin liegt. Und dann haben wir jetzt schon den zweiten Persönlichkeitskern. Das heißt, wir können einen verkaufen. Oh, ein Waffenhändler. Was? Ludion? Ludion Reisende? Also, die Firma, die dieses Spiel herrscht, heißt Ludion Labs. Oder Ludion Entertainment. Keine Ahnung, ob so. So, wie geht es denn mit einer Wohminfektion eigentlich? Wie geht die auch nochmal weg? Oder ist die jetzt einfach da? Ich muss mich jetzt damit abfinden. Egal. Willst du, Hans, auch mal die Typen hier. Wir verkaufen dem wieder alles an der IWA-Kunst, was wir haben. Die wollen sie gar nicht. Hier zumindest unseren schlechten Kevlar-Hemmen können wir loswerden. Und damit her wirst du schäbig. Das ganze kaputte Zeug können sie auch behalten. Die schlechte, die ist... Mehr so viel Kevlar-West brauche ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Eine Pistole können sie behalten. Schwere Maschinenpistole. Schäbiges Positionsgewehr, das kann ich besser. Stummewehr behalte ich immer. Brandgeschosswerfer? Weiß ich nicht. So, heute mal. Hier, Energiegewehr schlecht. Die Energiegewehre? Ja, ich habe noch ein normales. Deswegen, das Stahltaschenmesser übel. Ja, das kann ich jetzt schon weg. Ja, der Taschenmesser. Wer hat denn sowas? Stahlstreitkolben. Obwohl, ich würde meine Leute mal langsam mit Nachkampfwaffen ausrüsten. Aber ich glaube, die stehe ich dann selber her. Bauteile hat er mal angeboten. Hervorragend. Dass ich auch nie auf die Idee kommen werde, die Dinger zu kaufen. Das ist so Medizin. Können wir noch holen hier bei Ihnen. Kann ich Ihnen einfach eine einfache Baubau... Eine einfache Baubaubeinbräse brauche ich nicht, Freunde. Er hat Artilleriegeschoss und günstig im Angebot. Na gut. Aber die stehe ich leider selber her. So, habe ich noch was, was ich beim Kaufen möchte? Ach, da ist es noch Tonnenweise Waffen. Na gut. Also Waffenhänder sind sehr enttäuschend, stelle ich damit fest. Na gut, dann äh... Passt das so. Immer wieder Bauteile herangeholt. Dann kann ich auch weiterhin lustige Minen packen. So, jetzt ist die große Frage, die ich mir übergestellt habe. Ach. Oh. Der Raumschriftgenerator stellt tatsächlich Strom her. Das wusste ich nicht. Also. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Das Ding ist tatsächlich so Strom her, der für das Ding ist. Äh, für meine Kolonie. Das wäre vielleicht sehr exklusiv. Wobei mir gerade leider auffällt, dass wahrscheinlich... Ich... ...für das Raumschrift mehr als einen Generator brauche, oder? Weil... Ich habe ja noch den Computerkern und das ist hier ein Triebwerk eigentlich noch nicht mal erforscht. Ich ahne Schlimmstes, dass die tausend Dings da nicht unbedingt reichen werden für das man mehr als einen Träger braucht. Na der Computerkern ist ja ganz so kleine, die können wir da bauen. Die Raumschriftcure-Kapsel? Ich weiß noch nicht, wie das da übrigens ein vollständiges Raumschrift ist. Also ich brauche definitiv mehr als einen Träger, glaube ich. Das ist natürlich schlecht, weil die Träger brauchen dann weise Plastahl. Äh. Na, ich könnte ja hier, weil ich die Kapseln brauche ich nicht. Ich brauche acht Kapseln, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun. Okay, ich brauche eher zwölf Kapseln. Ach so, scheiße. Das heißt, ich brauche noch zwei Träger. Dafür, für den ganzen Job hier. Ich habe jetzt schon nicht genug Plaster haben, um noch einen Träger zu bauen. Ja, das wird ja großartig. Ich habe mir noch nicht mal das andere Zeug an geguckt. Wofür ich noch so alles Plaster brauche. Also, das Ding, den, 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 den Antrieb. Schön, dass wir das Projekt jetzt wirklich privatisiert haben. Machen wir echt Sorgen, wie in den Bären die hier rumrennen, ne? Also, das haben wir jetzt tausend Energie mehr, aber wir, also, muss hier, muss hier einen Raumstoffreaktor gebaut haben. Ich bin übrigens sehr enttäuscht von der, kritische Komponente, für den Raumstoffreaktor wiederkehren, für die Kürokapseln. Keiner Kürokapseln ist belegt. Ja, wenn, möchte ich ja alle Kultisten wegfliegen lassen. Ich sehe das, ich sehe das hier, was hat er denn jetzt schon wieder, wer ist denn? Buhn schon wieder, was hat er denn? Ungarisch, neidisch, ach, das ist so ein Neidhammel. Waffenhändler? Lodionreisen? Ja, die kennen wir schon. War ein bisschen das Zimmer, ne? Transporter HD. Sie sind Waffenhändler. Ach, die Heizung ist kaputt. Na gut, das ist gerade relativ, egal, sag ich mal. Die wird dann schon nochmal repariert, so wie es. Pack doch bitte mal ins Bett. Das ist nicht verletzt. Wie, wie ist eine Wuppeninfektion, das ist jetzt einfach konstant, die geht jetzt nicht mehr weg, oder wie? Das ist jetzt einfach so, oder? Hä? Na toll. Na, großartig. Na gut, irgendwie muss man es mal abbrechen, wir handeln mal mit dem, wir handeln, nein, wir mit dem, wir mit dem, wir mit Transporter HD handeln. Was auch immer das heißen mag. So, was haben die denn noch Schönes? Also, Verkauf, äh, verkaufen kann ich nicht mal stehen. Die haben einen Doomsday-Raketenwerfer. Ich bin ja echt geneigst, den scheiß, den mal zu kaufen, bei Gelegenheit. Oder einen Dreifach-Raketenwerfer, das ist doch auch ein Wegwerf-Raketenwerfer, oder? Ja. Ja. Doomsday-Raketenwerfer, oh, ja, ist auch. Für den schnellen Gegenschlag. Ich denke mal stark an, dass das Ding ein gutes Stück ist atomar. Nuclear ist das Ding. Ich könnte auch Medizin kaufen mit dem Burschen hier. Äh, aber nicht alles. Ist relativ teuer, muss ich sagen. Ah, 20 Medizin kaufen wir nochmal. Bauteile, nein, Bauteile nehmen wir noch mit. Zahlen war 400. Aktuell haben wir ja zum Glück ein bisschen Silber. Wir haben noch nicht mal das Silber hier mitgenommen. Ich glaube, ich muss mal die Bierherstellung hier, äh, mal, wie. Die ist schon passiert, höh. Wo kommt denn mal das ganze neue Bier hier? Höh? Das ist wie verwirrt. Wo kommt die ganze Zeit das neue Bier? Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir jetzt bei der Folge sind, weil ich die Aufnahme jetzt mal abbrechen muss, wenn ich laden und speichere. Das sind, äh, würde ich sagen, wir beenden das einfach mal jetzt hier. Wenn die Folge jetzt um 25 Minuten lang ist, tut's mir leid, aber ist dann halt so. Das ganze Raumschul hat mich ganz schön abgefuckt. Wir sind so jedenfalls beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, äh, Wimbird. Ich wünsche euch nochmal einen Wunderschönen guten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.